Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ein Update zum Coronavirus am 12.03.2020. Bei mir ist jetzt 14 und 7 Minuten. Wir gucken uns ein bisschen die Zahlen jetzt momentan an und auch bezüglich der Prognosen, die sich aus diesen Zahlen ergeben. Denn es ist so, dass die Fallzahlen in Deutschland momentan zu schnell steigen. Das sieht man an dieser Kurve hier, die sich hier abbildet. Wir haben einen extrem steilen Anstieg. Wir haben mittlerweile 2.116 Fälle bestätigt. Und nur mal zum Vergleich, wenn wir mal 10 Tage zurückgehen am 2. März 2020 hatten wir in Deutschland 150 Fälle und in Italien hatten wir 2.000 Fälle circa. Jetzt, heute haben wir in Italien 12.462 Fälle und in Deutschland 2.000 Fälle. Das ist zwar nicht 1 zu 1 zu prognostizieren, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja in 10 Tagen haben wir auch 12.000 Fälle, aber es ist aufgrund der Kurve, die wir haben, ein durchaus realistisches Problem, auf das wir uns hier zu bewegen. Deswegen sind jetzt auch die Maßnahmen ganz wichtig, dass die Leute nicht mehr rausgehen, dass die Veranstaltungen dementsprechend auch abgesagt werden. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, um die Kurve hier abzuflachen. Weil nämlich diese Kurve nicht nur die Fallzahlen steigen, sondern auch die Fälle der schwerwiegenderen Erkrankungen, das heißt also Menschen, die eine intensivmedizinische Betreuung zum Beispiel brauchen. Steigt diese Zahl zu schnell, sind die Krankenhäuser überfordert und das führt dann dazu, dass die Menschen nicht mehr versorgt werden können. Und darum ist alles jetzt zu tun, damit diese Ausbreitung dementsprechend verlangsamt wird. Packt euch an der eigenen Nase, wenn ihr nicht irgendwo hin müsst unbedingt, macht es nicht. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig und ich weiß, ich sage es immer wieder, ich glaube, seit 5 Videos sage ich es immer wieder, aber das ist extrem wichtig jetzt. Weil was wird passieren, wenn es so nicht funktioniert? Also wenn die Menschen sich nicht selber zurücknehmen, was wird passieren, dann wird über sie hinweg entschieden. Dann wird das einfach gemacht und dann wird das vermutlich ähnlich laufen wie in Österreich momentan, mit den dementsprechenden auch Maßnahmen, aber es kann im Extremfall dazu führen, dass es ähnlich ist wie in Italien, dass einfach nur noch Supermärkte und Apotheken sein offen sein werden und alles andere ist geschlossen. Was eine Katastrophe wäre für bestimmte Gewerbe, wie zum Beispiel Gastronomie, Hotel, all das, was man als normal empfunden hat, würde dann dementsprechend eingestampft für eine unbestimmte Zeit. Und darum ist es extrem wichtig, dass die Bevölkerung das selber tut, indem sie sich zurücknimmt und eben nicht mehr überall hinfährt. Großveranstaltungen meiden, etc., etc., etc. Das sind alles sehr wichtige Dinge, meine Lieben, die jetzt hier auch kommuniziert werden. Ich bin vielleicht da ein bisschen, ja, ich wiederhole mich da immer wieder, aber das ist jetzt extrem wichtig. Man kann es nicht oft genug sagen, damit diese Kurve hier abflacht. Es gibt auch, ja, dementsprechend natürlich jetzt auch vom Robert-Koch-Institut und von allen Experten jetzt langsam den Ratschlag, jetzt wird es aber langsam eng. Ne? Ein Amtsarzt aus Berlin sagt zum Beispiel auch, alle sozialen Kontakte in der Stadt müssen unterbunden werden. In Berlin haben wir jetzt mittlerweile 118 Fälle, da schaut es nicht gut aus. Ja? Ich weiß, 118 Fälle, boah, das ist ja gar nichts, aber die Dunkelziffer inklusive der Potenzierung durch die Dunkelziffer, die ist extrem. Wir sehen das momentan in Nordrhein-Westfalen, da haben wir 909 bestätigte Fälle. Also Nordrhein-Westfalen ist ungefähr ein ähnliches Szenario wie Norditalien. Wenn es da mal rund geht, ja, bezüglich der Fallzahlen, dann ist es fast unmöglich, das einzudämmen. Wir haben in Deutschland eben auch mehrere Ausbruchskluster momentan, die sich entwickeln. Die großen Städte sind natürlich immer sehr stark gefährdet und das entwickelt sich jetzt und zwar eben auf Basis einer Kurve, die so nicht aussehen darf. Die muss viel flacher werden, ja, viel flacher, damit eben die schwerwiegenden Fälle alle behandelt werden können, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind, bei dieser Kurve das zu tun. Das gleiche Problem hatte man in Italien. Die Kurve ging viel zu steil nach oben, es gab viel zu viel schwerwiegende Fälle und das hat dazu geführt, dass eben nicht mehr alle dementsprechend hier dahin kamen, wo sie hin sollten. Und darum auch die extrem hohe Todesziffer hier mit 827 Fällen, das müssen wir hier in Deutschland vermeiden. Wir haben aber natürlich auch in der Schweiz eine extreme Entwicklung, 652 Personen mittlerweile infiziert, Österreich 302. Hier entwickelt sich natürlich auch etwas in diesen beiden Ländern, was man jetzt versucht mit dementsprechenden Maßnahmen unter Kontrolle zu bringen und das größte Sorgenkind nach Deutschland, bei mir ist momentan Spanien. Hier haben wir eine Entwicklung, eine Kurve, die auch sehr steil nach oben geht. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass hier auch, man muss hier ganz genau drauf schauen, was hier passiert, denn das könnte natürlich sich ähnlich entwickeln, auch wie in Italien. Hier muss man eben das öffentliche Leben dann dementsprechend eindampfen, auf ein Minimum. Ja, dann fährt man wirklich bloß noch einmal in der Woche zum Supermarkt und holt sich da, was man braucht und das war's dann. Das muss man halt 30, 40 Tage durchhalten, das Thema. Das dürfte möglich sein, dass man dementsprechend handelt. Das ist ganz wichtig jetzt meine Lieben und auch was jetzt zum Beispiel ältere Menschen angeht, informiert die Menschen, sagt es denen, dass das jetzt gefährlich ist, auch für sie, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr größere Veranstaltungen besuchen etc. Wenn sie nicht verboten werden, muss man das selbst tun. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Ratschläge, denn es gibt eine bestimmte Altersgruppe, die extrem gefährdet ist. Aber es gibt natürlich auch positive Nachrichten. Ich will ja nicht immer etwas Negatives erzählen. Kinder zum Beispiel sind fast überhaupt nicht betroffen. Ja, also Kinder gibt es momentan keinen einzigen Hinweis darauf, dass es hier zu einer schwerwiegenden Erkrankung kommt. Natürlich gibt es auch Kinder mit Vorerkrankungen, da muss man aufpassen. Kinder mit Vorerkrankungen, also alles was Vorerkrankung ist, ist immer ein Problem. Wenn das Immunsystem zum Beispiel nicht richtig funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch junge Erwachsene dürften im Grunde genommen kein Problem haben. Bis zu einem bestimmten Alter scheint das Ganze relativ easy zu sein. Aber Menschen in einem relativ hohen Alter, zum Beispiel über 70, auch über 60, da gibt es momentan eben auch so, ja, was die Statistiken angeht. Ja, aber es gibt bestimmte Altersgruppen eben im letzten Lebensabschnitt, im letzten Drittel, ja, des Lebens, des Lebens gibt es eben jetzt auch dementsprechend Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es so ist, dass diese Menschen ganz besonders betroffen sind und dass es auch überproportional viele extrem schwerwiegende Fälle gibt. Also das muss man ganz genau anschauen und sich dementsprechend verhalten. Wie gesagt, soziale Kontakte unterbinden, das ist natürlich sehr wichtig, ja. Genauso wie Halle zum Beispiel schließt als erste Großstadt Schulen und Kitas. Das ist eine gute Idee, aber man muss natürlich auch daran denken, wenn man sowas entscheidet, muss vorher geklärt sein, was machen die Eltern? Können sich die dann um die Kinder kümmern? Können die auch zu Hause bleiben? Ist das mit den Arbeitgebern geklärt? Etc. Etc. Auch ein wichtiges Thema, dass man miteinander redet. Natürlich kann jetzt ein Elternteil nichts dafür, wenn plötzlich die, also quasi Halle die Schulen schließt, ne. Das ist ja höhere Gewalt, sozusagen, aufgrund eben einer Katastrophe. Aber wie das die einzelnen Arbeitgeber dann handhaben, bin ich nicht tief genug drin in dem Thema, aber das sollte eigentlich dann dementsprechend auch geklärt werden oder bereits geklärt sein, geh mal davon aus, dass das dann möglich ist, dass die Arbeitnehmer zu Hause bleiben können, wenn ihr die Kinder nicht mehr in die Schule könnt. Logischerweise, irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern. Das muss organisiert sein. Das wird natürlich in anderen Bundesländern genauso sein. Ich habe leider die Pressekonferenz heute mit der Bildungsministerin nicht gesehen und weiß jetzt nicht genau, was die da gesagt hat, aber ich denke mal, dass es generell so sein wird, dass das jetzt immer mehr so entschieden wird, dass Schulen geschlossen werden. Ja, Schulen, Universitäten, große Bildungseinrichtungen, egal was das jetzt auch bedeutet, um eben den Kontakt von Menschen dementsprechend zu unterbinden, dass es nicht zu einer Ausbreitung kommt, die schneller ist als die Kapazität des jeweiligen Gesundheitssystems in den Ländern. Oberste Priorität momentan. Gut, mein Lieben, das war es jetzt mit dem Mittagsupdate etwas verspätet und wir sehen uns dann später bei einem weiteren Video. Im Übrigen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, aber ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei allen, die mich unterstützen, ob das auf YouTube ist, ob das auf Patreon ist oder ob das über Paypal direkt ist. Danke für eure Unterstützung. Ciao, bis zum nächsten Mal.